hallo und herzlich willkommen zurück bei cyberpunk ja wir gehen jetzt mal mit unserem kumpel jackie weiter und wir steigen ins auto und wir dürfen fahren geil jawohl dinge jetzt dürfen wir eigentlich mal fahren kamera wechsel ist mit kuh was du nicht sagst oder im ländekreis ups sind wir da direkt drauf fahren oder ja nicht schön aber selten als geldes geschoss guckt euch das auto mal an wahnsinn warte jackie warte ich wollte mal gucken hier ist unser auto was bist du für einer hier liegen karten können wir gleich dafür ticken ach der lächelt mich zu sehr an hätte gehen wir weiter entschuldigung darf ich kurz das checken was haben wir hier noch die neuen influenza cool hier ist die maus richtig geschmeidig aber beim schießen habe ich das gefühl ist es nicht so toll ich bleib so lange hier misst die und ich haben uns viel zu erzählen ach die hast du ja besucht gerade da hast du das auto hier genutzt so gucken wir uns mal im laden um was haben wir denn hier das war doch eins dieser plakate oder wushido 9 okay was ist das denn hier für eine komische stufe wird das gefährlich ja keine sorge wir sind kugelsicher hast du dich verlaufen nö ich bin schon richtig hier ich wollte nur ein gespräch anzellen so und da heißt es ich hab den kopf in den wolken lissi wisi lissi wisi ja ganz ruhig müssen wir ein bisschen gucken boah ist da jemand das darf man mitnehmen oder ja darf man mitnehmen das ist schon mal sehr gut und da heißt es ich hab den kopf in den wolken ganz ruhig was ist denn ah hier liegen noch ein paar karten äh hier bin ich doch jetzt draußen die flirten miteinander ist das ok da geht es zum aufzug ah hier haben wir noch was gucke was haben wir hier drinnen rammen da werden ausrufezeichen auf jeden fall aber wir müssen erst da runter gehen jetzt warte mal jetzt lass uns mal hier mal diesen durchgucken was hängen denn hier für typen rum wie ein cowboy ach du schande wie schaust denn du aus ja okay boah ja wenn die zukunft so ist dann möchte man eigentlich doch nicht so da leben gell aber es sieht halt verdammt groß äh mit sie hey streiche nackt katze cool ja hübsche mit sie ja diese funkelnden augen guck dir das an voll süß okay ja ich bin ton Ich habe mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Wir machen gleich ein Upgrade, oder? Wenn ich's kann. Ich brauche was Neues. Werkzeug. Kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Ich habe einen Job von Dexter Sean. Einen von der Oberliga. Ich brauche richtig gute Tech. Der Dexter DeSean. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Hm. Ich bezahle dich nach dem Job auf jeden Fall. Hör auf zu Flenn, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Hm. Ein letztes Mal. Klar? Setz dich hin und entspann dich. Dann machen wir das doch gleich einmal. Okay. Kiroshi-Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Ja, genau. Vertrauens erweckend, oder? Verlink dich. Frau Weissmann. Frau Weissmann. Ja, dann. Verlinken wir uns doch. Du schaust dich um und wählst aus? Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Alter, Finder. Jetzt geht's los. Ei. So, jetzt kriegen wir hier noch so ein kleines Tutorial für unseren... Für die Hände. So. Er wird hier schon schon auf Querschläger mit Powerwaffen. Okay. Verbinde die optische Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Okay. Okay. Das ist jetzt ausgerüstet. Ja, ist super. Das haben wir jetzt. Ja, super. Selten. Ja, klar. Da ist nichts drin. Oh, ist ja riesig. Dann schauen wir hier gleich mal her. Oh, cool. Haar-System. Jetzt geht's an die Klubscher. Oh, echt jetzt? Verbesser deine Sicht. Ja. Ausgerüstet. Ich hoffe, die zeigen das jetzt nicht. Weil es ja schon, wenn es eklig ist, gell? So, Items hier. Ui, kann man auch noch was machen? Mikro-Generator. Das ist die Pumpe. Weil deine Gesundheit auf 15% wird ein Elektroschock freigesetzt, der Schaden in Höhe von 20% der maximalen Gesundheit des Gegners verursacht. Oh, das nehmen wir doch. Jetzt auch ausgerüstet. Okay. Pumpen wir uns gleich voll mit dem Zeug. Da haben wir auch noch was. Ah, da sind wir schon voll, ne? Du hast nicht genug Geld. Wo ist mein Geld? Ach, oh. Ja, wir waren ja shoppen. Stimmt ja. Hä? Das können wir auch noch nicht. Da fehlen uns zu Kohlen. Wahnsinn. 1.000 Dollar. Also das heißt, wir müssen richtig Geld sammeln. Wir müssen richtig Kohle sammeln. Die Arme. Die Mantis-Kling. Das ist cool. Monodraht. Oh, Raketenabschlusssystem. Hm. 15.450 Euro. Oh, wie teuer ist das denn? Okay. Das heißt wirklich, wir müssen viel Geld sammeln. Ja, dann. Vielleicht ist das mal. Wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Dann wollen wir mal gucken. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum. Dann wird geschnitten. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc. Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Oh, bitte nicht. Wir werden die Klubsche ausgetauscht. Okay, testen wir es. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht. Wenig Kontrast. Glitches. Risiken und Nebenwirkungen fragen sich ein Arzt oder Apotheker. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Naja, ich hab echt schon Besseres gesehen. Geduld, Kleiner. Wart's nur. Okay. Zeit für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann hab ich noch einen NCP-D-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Fahndungsdatenbank, auch interessant. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Genau, fragen wir mal nach dem Virus. Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Ich hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell backfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht? Ha, ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Real-Time, oder? Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Oh ja, wir schulden ihm ganz schnell. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Ne, vielen Dank. Schauen wir doch mal in unser Upgrade. Denk an deine Deckung, du Volltrottel! Na los, schlag zu! Da! Los, mit der Linden! Links, was da? So, der Jacky hat mir jetzt schon wieder eine Nachricht geschrieben. Ich kann deine Deckung, du Volltrottel! Z. Der Dex wartet auf uns, okay. So! Haben wir einen Haufen Nachrichten bekommen, okay. Auftragsart, Auftragskiller, Ziel, Taki Kenmoji, Wohnhauseck, ah, das war hier mit der Polizistin, ne, die zu... Genau, die zu ehrlich ist. Ja, alles klar. Wer ist hier? Die Anna Hammel, okay. Und wir haben noch unsere Punkte, gell? Hier, das ist, äh, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Das ist ja hier unser Aufwertebaum, oder Skillbaum. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Schaut euch das mal an. Wie riesig das ist. Ja, und dann geht das so weiter. Das ist so brutal. Ach ja, der Packesel, das müssen wir auf jeden Fall machen. Regeneration, deine Gesundheit reagiert sich langsam im Kampf. Das müssen wir auf jeden Fall machen, das mache ich jetzt auch gleich. So, da haben wir diesen verfügbaren Punkt schon mal weg. Da haben wir nicht genug, das ist ganz klein. Das Geräusch ist cool. So. Noch einen verfügbaren Punkt der Attributspunkte. Er ist auf Level 5, okay. Aber er ist auf Level 5, genau. Was ist mit dem einen Punkt, den wir da noch haben? Wie können wir den eigentlich nutzen? Hier, verfügbar. Da, 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 da. Ach, die kann ich so verteilen. Ah, jetzt. Wir haben jetzt hier 5, alles klar. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt schauen wir doch mal da hoch. Und gehen zu Jackie. Nochmal die Mizi streicheln, komm her. Huch, ich habe auf die Mizi gedappt. Neuer Kontakt hinzugefügt, Victor. Na komm. Streichel mich. Ich will dich streicheln. Jetzt stehe ich auf der Katze. Ja, warte, da war es doch gerade. Jetzt, nochmal streicheln. Guck mal her. Ja. Voll lieb. Super. Okay. Schauen wir mal, was sie jetzt macht. Eine Aura braucht Pflege, Baby. Musst du täglich umsorgen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe, neben Gramsci Burgers. Okay. Dann mach ich mal Werbung für uns. Alles klar. Und die Werbung schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wird mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bei Cyberpunk 2077. Ich bin jetzt mal raus. Ciao. Macht's gut. gut.